Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Ich bin der Simon und ich freue mich heute zum zweiten Mal Jörg Fuhrmann hier zu begrüßen. Herzlich Willkommen, Jörg. Ja, hi Simon und hallo liebe Leute. Vielen Dank für das Interesse. Ja, gerne. Und um dich einfach noch mal kurz vorzustellen, du bist Autor, du bist Trainer, du bist Therapeut, du bist Gründer des Freirauminstituts. Und soweit ich weiß, da setzt du dich seit über 20 Jahren mit dem Thema ganzheitliche Potenzialentfaltung auseinander in Tiefe. Und dir geht es wirklich im Kern darum, Menschen in unterschiedlicher Art und Weise oder bei der Selbstbefähigung zu unterstützen, wirklich die eigene Kraft zu bringen. Von daher freue ich mich heute, da noch mal einzutauchen. Herzlich Willkommen. Ja, danke dir. Ja, genau. Also vielleicht als kleine Einladung. Ich habe es ja gerade gesagt, du bist Therapeut. Und das ist ja auch die Idee heute über das Thema Therapie oder beziehungsweise welche Therapie braucht es heute zu sprechen. Und was ich gedacht habe, was vielleicht ganz interessant wäre zum Start oder bevor es dann wirklich konkret um Therapie selber geht. Aber vielleicht möchtest du mit uns mal dein Verständnis von Therapie teilen. Was ist denn für dich aus deiner Sicht Therapie? Ja, spannend. Also in der Antike, in der griechischen Antike waren die Therapeutas, das waren ja die Diener des Gottes, Asklep. Und waren also Tempeldiener. Das heißt, sie waren wie so eine Art Vermittler, Übergangshelfer, vielleicht auch so etwas wie im Schamanismus, was man früher als Seelengeleiter bezeichnet hat oder Psychopompos, was ja der Hermes auch symbolisiert, wie viele andere Götter auch. Und im ursprünglichen Sinne war es eben so, dass die Menschen, die Heilung gesucht haben, sich nach einer Entscheidung, dass sie diesen Heilungsprozess überhaupt antreten wollen, weil das eine, was auch schwerwiegende innere Entscheidung war, haben die sich auf den Weg gemacht, auf eine Pilgerwanderung zu einem Asklepion. Und das war ja oftmals nicht gleich um die Ecke. Und man war jetzt auch nicht mit dem D-Zug unterwegs oder so, sondern man musste eben dann zu Fuß oder vielleicht auf dem Esel oder die Reicheren auf dem Pferd. Aber setz it. Und das war dann schon eine anstrengende, beschwerliche und mitunter auch gefährliche Reise. Und das haben die Jakobspilger ja auch beschrieben, dass das überhaupt nicht klar war, wenn man nach Spanien aufbrach, ob man dann, also im Mittelalter, ob man wieder lebend zurückkommt. Weil da sind auch sehr viele Überfälle passiert, weil man eben gerade wusste, dass viele Pilger auch eben dann Gaben und Geschenke dabei hatten an die Götter in der Antike. Oder eben dann halt Jakobsweg zum Beispiel dann für den Apostel oder einfach auch, um auf dem Weg irgendwie klarzukommen. Die Überfahrten kosteten ja oftmals auch Geld und so. Und ja, also das macht schon was mit einem, wenn man sich also auf eine gewisse Weise auf so einen Prozess vorbereitet und dann also auf der Erde zu Fuß diesen Weg beschreitet. Dorthin. Und es gibt ja so den Ausspruch, man ist nur dort wirklich gewesen, wo man eben den Fuß auf die Erde gesetzt hat. Den Unterschied habe ich damals schon auf dem Jakobsweg gemerkt. 2004 war ich da ja zu meiner Diplomarbeit damals die Frage gestellt, ob Rituale, alte Rituale heute noch ein Transformationspotenzial besitzen können. Und habe mich dann dem unterworfen quasi und ja, habe mich damals ein Jahr darauf vorbereitet und bin dann ohne Handy, ohne Karte oder irgendwas, auch ohne Französisch und Spanisch Kenntnisse da los aufgebrochen, aus Frankreich los und dann durch ganz Spanien bis zur Küste gelaufen. Ja und da habe ich das auch so gemerkt, dass also ein großer Unterschied ist zwischen Leuten, die halt auf dem Fahrrad unterwegs sind und welchen, die zu Fuß unterwegs sind, weil die auf dem Fahrrad haben häufig eine andere, erstmal eine andere Motivation gehabt und zweitens haben die häufig, ja, die, weiß nicht, zehnfache Strecke am Tag gemacht oder was. Und die haben einfach nicht, nicht das Auge für den Moment gehabt oder der Moment lief auf einer anderen Zeitebene ab, sagen wir es mal so. Und wenn du mit denen jetzt über einen besonderen Baum oder so sprechen wolltest, der irgendwo am Weg stand, den haben die möglicherweise gar nicht gesehen, weil die da mit so einer Geschwindigkeit dran vorbeigerauscht sind. Das heißt also, Geschwindigkeit und das Sichbewegen im Raum ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch ich im Raum oder ich im Feld in der Hinbewegung dorthin. Und ja, also in diesen antiken Heilungszentren ging es dann auch immer darum, die alte Form, sage ich mal, die äußere Hülle, die alte, ja, Verkleidung, so die, was junge Persona nannte, das außen vorzulassen. Deswegen waren dann ja auch häufig die Reinigungsrieten, das kennen wir auch von heiligen Tempeln und heiligen Städten in anderen Kulturen, wo man dann halt den Staub abwusch, ne, und das ging häufig mit Kaltwasserbehandlung auch einher, wem hoffentlich grüßen oder Pfarrer Kneipp, ne. Und dann ging man in diesen, wenn man dann dort angekommen ist, dann kam man in diesen geschlossenen Bezirk, also in diesen inneren Bereich von dieser ganzen Anlage und dort blieb man dann, also so lange wie dieses Heilungsprozedere ablief. Das heißt, man hatte auch jetzt nicht mit Handys, sowieso nicht, aber mit Brieftauben und sonst wieder, wer weiß, die Kontakte nach außen und so, sondern man war wirklich nach innen auf seinen Prozess ausgerichtet. Darauf habe ich ja meine Intensivtage oder Intensivwochen hier auch ausgerichtet, auch nach diesem Modell. Also nicht auf eine stundenweise Therapie, sondern eben auf diese intensive Arbeit in so einem asklepischen Geiste, sag ich mal, oder im Geiste der antiken Pilgerschaft, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dann einfach die Leute oftmals einen Sprung machen können in der Entwicklung auch und in der Selbsterkenntnis oder in der Tiefe, in die Tiefe gehen können, was oftmals in diesen stundenweisen Sessions gar nicht möglich ist. Oder da kann man auch sehr gut immer ausweichen, sag ich mal so. Beziehungsweise die Ego-Struktur kann auch sehr gut ausweichen. Und der Therapeut damals war dann eben halt derjenige, der ein Stück weit diesen ganzen Raum mitgestaltet, mitgehalten hat. Im Englischen würde man sagen, facilitiert hat. Und der nicht derjenige, der die Heilung gemacht hat, sondern der, der einfach das Feld damit konstituiert, damit gehalten hat. Und der gedient hat. Das dienende Element ist da ganz entscheidend. Und das wäre auch ein wichtiger Faktor, den ich so in der Therapie so sehen würde, dass es eben, ja, also es erinnert mich an einen meiner ersten Trainer im Bereich der Körpertherapie, der damals schon gesagt hat immer, wir machen nichts. Und das finde ich einen ganz wichtigen Satz, also von der Haltung. Natürlich kann man nicht, nicht etwas machen, ja, aber aus der Haltung heraus, das Nicht-Tun-Tun heißt es irgendwie Paschana. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Und natürlich ist das schön, wenn die Leute einem hinterher schreiben, danke, du hast mir geholfen oder Feedback, ja, das und das ist da passiert. Und das ist auf der, auf der oberflächlichen Persona-Ebene ist das auch wichtig. Ist auch für viele Menschen wichtig, wenn sie dann irgendwie zu einem kommen wollen, dass sie sowas da lesen können. Aber wichtig für einen selber, auch als Therapeut, ist es, glaube ich, ein Stück weit auch da wieder eine Distanz zu kriegen, da Ego- und Narzissmus-mäßig nicht völlig mit durchzuknallen. Und, ja, ein Stück weit auch zu wissen, dass auch ganz wesentliche Aspekte in so einem Heilungsprozess, auch eben von außerhalb gekommen sind. Im Schamanismus sagt man, das kommt wie nur von außerhalb, oftmals, also je nach Perspektive. Und, ja, also da gibt es ja natürlich tausende Theorien, dann was jetzt wirklich hilft und was nicht hilft und welcher Ansatz der bessere ist und so weiter. Welche Methode die bessere ist, das habe ich immer vertreten. Da gibt es ja auch verschiedene Metastudien von Kirsch und anderen, die dann rausgefunden haben, bei Tausenden von Therapiesitzungen im Vergleich und so, am Ende des Tages macht Minimum 85 Prozent, macht die Beziehung aus zwischen dir und dem anderen, Menschen gegenüber, und die Verbindung. Und nur 15 Prozent macht die Methode aus. Wir hören aber ständig, dass es immer die Methode ist allein, die es ausmacht, oftmals. Also, das ist ja immer so das Erste. Und das von einem deiner Videos hast du gesagt, Sicherheit ist Therapie. Ja, auch. Also könnte man jetzt viele Schlagwörter einführen. Aber Sicherheit, das ist jetzt so die Idee von der Polyvagal-Theorie, Sicherheit ist die Therapie, also da in dem Sinne die Therapie, weil Sicherheit durch Beziehung, Verbindung entsteht. Genau. Ja, genau. Richtig. Und erst dann kann eigentlich ein therapeutischer Prozess überhaupt beginnen oder auch ein Coaching-Prozess, ist egal. Weil dann ist eigentlich erst das Nervensystem bereit, sich auf irgendwas einzulassen. Und die Sicherheit, was ich jetzt gerade beschrieben habe, in so einem antiken Heilzentrum, hat eben diese ganze Struktur dort auch dann wieder geboten. Das ist wie in einem Kloster. Da gibt es ja viele Parallelen zwischen dem, was du jetzt physisch beschrieben hast, oder? Also, das ist eine Reise physisch irgendwo hin, oder? Da gibt es die Parallele, vielleicht eine Reise im Inneren, die daran anschließt, beziehungsweise das, was du auch gerade gesagt hast, oder? Also wirklich örtlich sich nach innen bewegen, also im Kern, könnte man sagen, das ist vielleicht das, worum es dann bei der Therapie gibt. Also die Frage hätte ich, worum es geht. Den Kern freilegen. Genau, also grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Ich sage mal, wir leben jetzt heute in einer deutlich komplexeren Zeit als damals. Ja, ich habe auch festgestellt in der letzten Zeit, mir wurde es auch selber ein bisschen viel und auf Radmann des Supervirus hin, den ich selber auch habe, habe ich mich dann in den Garten begeben. Ja, ich bin jetzt viel im Garten die letzten Wochen und habe einfach mit den Händen die Erde umgewühlt und mir mit Kupferwerkzeugen gearbeitet, mit Elektrokultur und so weiter, um auch da wieder mehr so in Kontakt zu kommen mit dem, was jetzt hier ist. Das ist auch wirklich ein ganz wichtiger, elementarer Punkt. Also die deutsche oder auch überhaupt die europäische Naturheilkunde oder im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz inkludiert, hatte ja auch ganz wesentlich als Basis, was wir eben in der Asklepien letztendlich auch hatten, als Basis überhaupt dieser Begründung dieser gesamten Bewegung im Mitte 19. Jahrhundert, sage ich jetzt mal, eben Wasser, Licht und Luft. So, das sind ja ganz wesentliche Naturelemente. Wie atmen wir? Wie setzen wir uns eben der Sonne aus oder dem Licht aus? Und ja, der Umgang eben mit Wasser, da gab es dann eben Kaltwasser, Warmwasser, Wechselbäder und so weiter. Diese ganzen Geschichten, was es da gab, es gab ja die ganzen Wasserkurorte, wo heute noch ein paar von existieren. Und das hat man dann eben auch mit Atmung, mit Atemtherapie. Dr. Kellogg, noch bekannt von Cornflakes, der hat vor 100 Jahren auch schon Atemtherapie gemacht, in solchen Kontexten dann. Die Parallelen habe ich noch nie gehört. Ja, das ist der Dr. Kellogg. Ja, ja, und der hat als erster ja auch so die Infrarotsauna entwickelt. Also im Grunde eine Infrarotlichtbehandlung, so sagen wir es mal. Man kann ja schon zum Schwitzen eigentlich nicht, sondern Infrarotlichtbehandlung. Ja, und diese Sachen nutze ich ja hier auch alles. Also ich bin mit Infrarotlicht und Atem und eben mit Wasser. Ich gehe mit den Leuten in den Rhein und gelte Training und so weiter. Und ja, also dieses Zurück zur Natur, Zurück zur Erdung, sind auch ganz wesentliche Elemente dabei. Also die große Frage, die sich eigentlich jetzt, wenn man von Therapie heute spricht, stellt. Also für mich ist eigentlich die Grundfrage immer gewesen, neben dem Sinn des Lebens, wie können wir diese Urkräfte der Natur, des Lebens einfach uns mehr zugänglich oder dienbar machen, ohne entweder in die totale Kontrolle gehen zu müssen oder in die totale Resignation zu gehen. Weil das macht ja auch teilweise ohnmächtig. Und ich glaube, diese Frage gilt jetzt gerade in der letzten Zeit für mich mehr denn je. Das Problem, was ich sehe aktuell, weil ich bin jetzt auch jemand, der die letzten Jahre sehr wach verbracht hat, im Gegensatz zu vielen Kollegen, die sich zwar darüber gefreut haben, dass sie endlich mal die Küche streichen können oder so, weil sie viel Zeit hatten jetzt, aber überhaupt völlig ausgeblendet haben, was sonst noch um sie herum passiert ist und was das für Folgen haben könnte. Man muss eigentlich sagen, wir sind mittlerweile im Kollektiv, habe ich den Eindruck, sind wir weniger als die Summe aller Teile. Aristoteles sagte ja, wir sind mehr als die Summe aller Teile. Ich habe den Eindruck, dass wir nicht mal mehr die Summe der Teile sind und dass wir uns in einem kollektiven Zustand von Verleugnung infolge eines, ja, oder man könnte sagen, eines Postmassenwahns befinden. Also, dass da wie so eine kognitive Dissonanz-Dauerschleife besteht, wo man also ständig eben in der Verleugnung sein muss, etwas ständig ausblenden muss. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, denke ich, weil wenn die Heilung von außerhalb kommt, dann kommt sie auch ganz wesentlich aus dem kollektiven Feld, aus dem gemeinschaftlichen Feld, ja, aus dem kulturellen Feld. Und wenn also die Kultur krank ist, sage ich mal, ich glaube, sie war noch nie richtig gesund, aber das, was wir jetzt haben, das ist so schräg, würde ich mal sagen, alleine die Übersterblichkeit, die auf dem Mond steht, dass man da nicht hingucken möchte, das alleine schon, es sind alles so bedenkliche Dynamiken. Ich könnte noch mal ein paar dazu aufzählen. Wenn man das jetzt Containment-mäßig schafft, das auszuhalten, dann ist das gut. Ja, also, ich sage mal, die Kernerkenntnis hinter dem ganzen aktuellen Zustand ist eigentlich, dass Therapie allein nicht hilft und auch vor gar nichts schützt tendenziell und Psychedelics auch nicht, auch diesbezüglich keine Hilfe sind. Das ist erst mal so meine Kernthese, weil ich einfach in den letzten Jahren jetzt gerade auch in dieser Szene, Psychedelic-Szene und so weiter, ganz massiv diese Themen, was ich jetzt gerade so angesprochen habe, gesehen habe. Also, verleugnen, wegdrücken, nicht hingucken, umdeuten, bis zum Abwinken und auch selbst jetzt noch, ja, also einfordern von Zwang und so weiter und, ja, also das muss ich schon sagen, das hat mich sehr auch betroffen gemacht, wo ich gedacht habe, wie kann das sein, dass man auf der einen Seite irgendwie Bewusstseinsarbeit gemacht hat und alles genommen hat, was auf dieser Erde irgendwie nur wächst, was irgendwie was da oben aufmacht oder Meditationen ohne Ende gemacht hat und, ja, und trotzdem nicht in der Lage ist, eine Position einzunehmen, ich sage mal, zumindest in Form eines objektiven Beobachters oder in der Distanz, nochmal drei Minuten zu warten, ich meine, das kleine Ego hat halt ständig Angst. Also, das kann ich nachvollziehen, aber wenn du jetzt sagst, also auch die Schlussfolgerung, Therapie hilft nicht, also können Sie das, bei dem, was ich jetzt von dir zugehört habe, da geht es doch jetzt irgendwo eigentlich dem Kern der Dinge näher zu kommen, oder was, man könnte ja sagen, impliziert objektiver zu werden, also sofern das. Ja, Therapie allein, habe ich gesagt, hilft anscheinend nicht, weil ich habe so viele Kollegen und Therapeuten gesehen, ne. Okay, du beziehst jetzt Therapie nicht auf das, was du zum Beispiel machst, sondern generell Therapie. Ja, generell, ja, ja. Ja, okay. Wo man sagen muss, Bewusstsein gleich Null für das, was gerade hier abläuft oder gerade passiert ist im Kollektiv und auch im Nachgang immer noch gleich Zero. Und dann denke ich mir, okay, das sind zum Teil sogar Leute, von denen ich gelernt habe, wo ich dann sagen muss, harter Tobak, ne. Also klar, bei manchen kann man dann die These auch stellen, die sind einfach gekauft oder so, ne, haben Geld gekriegt und deswegen, aber das greift doch dann hier und da zu kurz und passt einfach nicht immer. Leute, die dann jetzt gerade Kongresse wieder machen über Wissenschaft und Spiritualität und solche Geschichten und wenn du dann mal die Time dann runterscrollst, was haben die denn so die letzten drei Jahre gemacht und dann siehst du auf einmal, wie die dann die Hardcore-Propaganda gefahren haben und medizinische Zwangsbehandlung gefordert haben für alle und solche Geschichten, dann fragt man sich ja schon, was ist denn da jetzt spirituell dran, ne. Also, weil Spiritualität würde ja bedeuten, dass ein Mensch eine Anbindung hat an etwas Tieferes oder Höheres oder auch an eine tiefere, ich sag's mal, auch an eine Intuition. Eine gesunde, natürliche, das ist wieder die Kraft der Natur, die gesunde, natürliche Intuition und die kann ja nicht in einer Massenwahndynamik kann die nicht da sein, das geht gar nicht. Also in jeder Art von Massenpsychose ist die nicht da. Also es gab, ich hab mich da ja lange mit beschäftigt, weil ich ja lose Trainer bin und hatte ja auch lange ein Trainingsmodul, da hab ich mit Gunnar Kayser jetzt auch letztens drüber gesprochen, also über, was ich dann Dehypnose genannt hatte und wo es dann darum ging, bestehende Trance-Prozesse zu unterbrechen und selbst auch verschiedene Leute, die bei mir auch dieses Training gemacht hatten damals, sind auch da drauf voll abgefahren und ich hab die zum Teil, ich hab das mitgekriegt, hab die noch kontaktiert, waren auch zum Teil nicht in der Lage, in einen Austausch zu gehen und da muss man sich ja fragen, was ist das? Und das ist genau das, was ich sagte eben, wir brauchen neben Therapie, wir brauchen erstmal grundsätzlich auch ein Wissen, ein grundsätzliches Wissen wollen, also eine Neugier, weil in der spirituellen Szene zum Beispiel, da wird ja auch gerne der Geist als sehr negativ dargestellt und der Verstand muss weg und das sehe ich überhaupt nicht so, weil ansonsten, wenn das nicht da ist und das nicht trainiert ist, wie Ayn Rand sagt, auf eine gewisse Weise, dann bist du also, dann bist du verkauft, also verraten und verkauft, dann wirst du wie ein Spielball womöglich hin und her geworfen. Es gibt auch Leute, die haben sich jetzt intellektuell nicht so ausgebildet, haben aber eine gute Anwendung, Intuition, der sie folgen können. Wenn das besteht, dann geht das auch so, klar, aber ich würde mal sagen, die meisten werden besser gefahren, wenn sie ein bisschen mehr Kontext gehabt hätten, also ein bisschen mehr Wissen, was mal so vor 100 Jahren passiert ist zum Beispiel, dass da schon die gleichen Slogans benutzt worden sind und so und dass die Sache schon ähnlich abgelaufen ist vor 100 Jahren oder egal, vor 2, 3, 4, 500 Jahren, also man kann, hatte ich gerade mit Sören Schumann noch einen Talk zu, zu diesem Thema, was da alles so gelaufen ist, also wenn man sich das so anguckt, wie sich Epidemien in Europa und so entwickelt haben, wie das immer genutzt worden ist von Kirche und Adel und so weiter, da gibt es gewisse Parallelen, sage ich mal, phänomenologischer Art. Also was, wollte man Wissen führen. Kontext oder Wissen ermöglicht eigentlich die Muster zu erkennen. Mhm. Genau. Dass das nicht aus dem Nichts entsteht, sondern eigentlich eine Verwaltung ist. Und es bräuchte auch ein Training in der Rücknahme dieser Ego-Struktur, die auch meint, alles zu wissen. Also ich sage den Leuten nochmal, ich weiß auch nicht alles, mach dir die eigenen Gedanken, stell dir eigenen Fragen, aber recherchiere. Vor allen Dingen guck nach und guck dir verschiedene Seiten an. Also du findest die Wahrheit nicht, wenn du dir nur eine Seite anguckst. Also das ist wie in der Nautik, das war ein Teil der Diagnose, wenn du in der Nautik unterwegs bist, brauchst du zwei Punkte, um deinen Standpunkt bestimmen zu können. Mhm. Wenn du da auf dem Meer irgendwo rumschipperst. Mhm. Und wenn du nur einen Standpunkt hast, dann fährst du halt irgendwie immer halt in die Richtung, also einen Fokus hast, fährst du halt immer in die Richtung. Aber du hast nicht die Möglichkeit, deinen Standpunkt zu bestimmen, wenn du nicht zwei Punkte hast. Mhm. Ich würde auch sagen, man müsste sich eigentlich wie zwei extreme Pole anschauen. Und das ist das Phänomen, was ich bei all den Leuten gemerkt habe, auch bei den ganzen guten Kollegen, selbst die führenden Psychedelic-Leute in Deutschland. Ja, wir haben stundenlang hin und her geschrieben, diskutiert. Ich habe denen Daten geschickt, ohne Ende. Ja. Und an einem bestimmten, es war immer das gleiche Muster, an einem bestimmten Punkt kam die, kam dann immer, also zuerst wurde man halt immer so runtergemacht, persönlich als Idiot, mit verschiedenen Bezeichnungen. Und dann kam irgendwann an einem bestimmten Punkt, ich sage, jetzt guck es dir doch mal an, lies dir doch das mal durch oder guck dir mal dies und jenes und dann zieh doch daraus mal einen Schluss. Und dann kam immer, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, wenn ich Zeit habe, acht Wochen später, vier Wochen später, keine Ahnung, fünf Wochen später, habe ich gesagt, hast du immer Zeit gehabt? Ja, lass mich in Ruhe. Und da kam nichts mehr, bei keinem. Und selbst jetzt, ein Jahr, zwei Jahre später, wo jetzt nun mal absolut evident ist, dass das irgendwie auch, jetzt gibt es ja schon Studien, die das belegen, ist gestern wieder eine rausgekommen, womit diese Sachen dann kausal auch zusammenhängen. Du hörst und siehst von diesen Leuten nichts mehr. Die haben dich dann höchstens blockiert oder abge- entfriended, heißt das jetzt, geghostet. Und dann ist es fertig. Und das hat nicht viel mit Therapie und mit Transzendenz oder so zu tun. Aber man könnte ja trotzdem sagen, es hat was mit Therapie oder der Vermeidung von Therapie zu tun. Also man könnte ja vorschlagen, dahinter ist eigentlich Existenzangst, oder? Weil wenn ich feststelle, dass das, was ich geglaubt habe, nicht stimmt, dann ist es dann, oder? Das bedeutet ja, wer ich glaube zu sein, ist nicht. Ja, exakt. Oder? Und dann können wir sagen, es ist eigentlich, geht es eigentlich dann doch vielleicht um Therapie im Kern oder die Verweigerung davon, oder? Genau, ich bin voll bei dir. Also es würde eigentlich darum gehen. Nur wenn du dann siehst, die verkaufen auf der anderen Seite Therapie für andere, das meinte ich damit, aber selber null da mal hingeguckt, was denn da eigentlich jetzt, also verstehst du, wenn man so eine Spaltung in sich drin hat, wie kann man da überhaupt noch, weißt du, wie ich meine, und das meine ich, das ist momentan auch das Problem im Kollektiv, wir haben diese extreme Spaltung, wir haben nicht eine Erbshunde an der Matratze im Kollektiv, sondern wir haben eine Wassermelone darunter, wahrscheinlich eine ganze Wassermelonenladung, ja, und das ist erstmal das Hauptproblem, denke ich, das Ego sagt denen halt, du darfst nicht falsch gelegen haben. und wenn der recht hätte, jetzt der Typ da, ja dann, oh Gott, was wäre denn dann? Aber dieses Eingeständnis auch vom Ego, dass man verarscht, vor dem Ego, dass ich bin verarscht worden, nach Strich und Faden, jetzt hat, Australien hat letzte Woche gesagt, irgendwie Knoblauch hilft und macht das ganze Thema, erledigt das ganze Thema, hatten ja auch andere schon mit Vitamin D gesagt. Ich meine, wie verarscht musst du dir vorkommen? Ja, zwischendurch war ja auch Nasenspray ein großer Renner. Also, wenn du auf einmal jetzt da hörst, alter Knoblauch, wär's gewesen. also, ja, und man hat sich da womöglich irgendwie massivst schädigen lassen oder hat andere womöglich geschädigt. Das kommt jetzt ja noch viel schlimmer, ja, oder seine Kinder oder so. Ich meine, ich habe, verstehst du, ich habe in den letzten Monaten und Jahren jetzt hier Leute am Telefon auch zum Teil oder bei mir gehabt, die sind völlig, am Ende. Weil, ich meine, wir haben in der Familie auch einen Todesfall, wo man ziemlich Kausalität herstellen könnte, ziemlich klar, ziemlich zeitnah und so. Und es gibt da also zig Leute, die diese Sachen jetzt haben, wo man sagt, oh ja, und viele machen sich extremste Vorwürfe, auch die, die es dann nur so aus, naja, ich wollte meinen Urlaub und so mitgemacht haben. also der Wechsel beginnt da und das ist eigentlich der Beginn von Therapie, dass man anfängt zu realisieren, okay, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, ich habe mich geirrt und ich habe mich vielleicht sogar narzisstisch, das haben ja viele gemacht, ich habe mich narzisstisch total darüber aufgewertet und das ist ja ein Schmerz, da kommt ein riesiger Schmerz hoch und da müsste man drüber trauern dürfen, vor sich selber und vor dem eigenen Ego und dann könnte auch vielleicht nochmal ein Heilungsprozess initiiert werden, weil es gibt ja Sachen, die man machen kann, ja, gibt es ja zig Ansätze und Möglichkeiten mittlerweile, ob das jetzt auf Dauer die Lösung schlechthin ist, weiß ich nicht, aber es bringt auf jeden Fall Verbesserungen, und ich glaube, das ist ein Punkt, das zweite ist, was wir eben dem Kollektiv miteinander veranstaltet haben, das müsste man sich auch angucken dürfen und zwar allparteilich, also das beginnt immer mit einer Allparteilichkeit. Kannst du das noch ein bisschen genauer umschreiben, was du damit meinst? Naja, also Konfliktkehrung ist immer Allparteilichkeit, das heißt also, man müsste sich alle Seiten anhören, das ist es auch wieder, mindestens die beiden Seiten oder wenn es noch mehr gibt, noch mehr und zu schauen, was da ist, also nicht gegeneinander, sondern ein Miteinander einzuschauen, was da passiert ist. Genau. Und das wäre ein sehr schmerzhafter Prozess. Das hat man ja auch hier und da mal versucht, in der Schweiz gab es auch so eine Runde, wo man das angefangen hat, aber die Leute, die dann bestimmte Leute einladen für eine Podiumsdiskussion, die werden natürlich ganz schnell unter Druck gesetzt, erpresst, medial fertig gemacht und das ist ja nicht das, was ich unter Allparteilichkeit verstehen würde, sondern das ist genau das, was die Spaltung weiter vorantreibt. Können wir ja vorschlagen, dass das eigentliche Problem ist ein falsches Selbstverständnis, oder? Dass man nicht an der Wahrheit orientiert ist, also über das eigene sein, wer wir sind, sondern eigentlich an der eigenen Identität oder dem, was wir glauben, zu sein und sich der Krampfhaft festhält und versucht, das dann unbewusst zu rationalisieren, dass es keine andere Möglichkeit gibt beziehungsweise, wenn man davon loslässt, oder? Ja. Dann wird es unsicher, dann weiß man nicht, was man erwartet, oder? Dann ist das vielleicht ein Eingeständnis, so wie ich bisher gedacht, geglaubt, gemacht habe, war vielleicht falsch, oder? Genau. Was nicht unbedingt eine Erfahrung ist, die wir gerne haben wollen, oder? Genau. Das ist wie der Fuchs, der nicht an die Weintrauben kommt. Da stirbt ja dann was, oder? Also es stirbt ja eigentlich die Identität, oder? Genau. Ein Teil davon. Ich sage, das ist wie diese Parabel von dem Fuchs, der nicht an die Weintrauben kommt und sich dann selber sagt die ganze Zeit, ja, die sind eh noch nicht reif und die wären eh nicht so lecker gewesen und so, ne? Aber, ja, man könnte natürlich sagen, aber diese Klammerung an die Identität, die gibt es auf beiden Seiten, oder? Ja, klar. Weil viele, die dann, sag ich mal, das Richtige gemacht haben, oder die werfen dann trotz allem den anderen, oder? Also produzieren das Feindbild auf die anderen und tragen dann vielleicht auch unbewusst eigentlich zu der Spaltung weiter bei, oder? Das ist so. Ja, also wenn das stark ins Extrem rangeht, kann das natürlich in diese Richtung auch ausufern und sich radikalisieren. Wir sind einfach, wir sitzen am Ende des Tages ja alle im gleichen Boot irgendwo und das ist auch wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen und gegenseitig auch irgendwie kommunizieren. Ich bin mir nur nicht sicher, also man kann sich ja schon wie abkoppeln, ich sag mal, man weiß ja auch gar nicht, was da jetzt genau mit den Leuten passiert ist. Ja, manche haben ja auch schon die These aufgestellt, dass die Empathie da immer mehr auch disconnected wird und wie flirten geht und man merkt auch, dass die Aggressionen steigen in der Gesellschaft, ein Kollektiv, die Unfälle nehmen zu und so. Es sind ja so ganz viele komische Sachen, die so passieren in letzter Zeit. Das, ja, also von daher habe ich den Eindruck, wenn jetzt wirklich Leute massiv erst mal bedrängt worden sind und geschädigt worden sind, das ist so ein bisschen, da gab es mal so ein Cartoon von diesem Bob, ja, wo die Hexe auf dem Scheiterhaufen steht und wird angezündet von den Inquisitoren und ist dann da am Brennen und dann sagt der eine zum anderen, du, das war gar keine Hexe und dann hinten im zweiten Bild und dann brüllt der andere rüber, oh, aber wir haben beide, auf beiden Seiten wurden Fehler gemacht, rufen sie ihr zu, die da am Abfackeln ist gerade. Ja, also man müsste jetzt ja erst mal hergehen und die Frau da löschen und dann ihre Verwundung heilen und so weiter und dann könnte man eventuell mal gucken, ob auf beiden Seiten wirklich jetzt dann Fehler gemacht wurden und welche von ihr gemacht worden sind, dann dafür, ne. So, und jetzt von ihr zu verlangen, die da gerade am Abfackeln ist, die die also riesen Federn gelassen hat im wahrsten Sinne, dass sie jetzt noch wieder Verständnis für die Täter, das ist natürlich so eine Täter-Opfer-Umkehr, was wir sehr häufig gerade bei Traumatisierten auch sehen, die dann versuchen, also Stockholm-Syndrom-mäßig den Täter noch zu huldigen, ne. Also, ja, das ist so ein bisschen schwierig, ne. Also die Verantwortung klar zuweisen, ne. Ja, das ist schon, das wäre schon notwendig, sage ich mal. Ja. Und die Spaltung wird natürlich dadurch verstärkt, dass man jetzt auch mitkriegt mehr und mehr, dass Sachen bestimmt auf Justizebene nicht aufgearbeitet werden oder nicht bearbeitet werden, verschleppt werden. Und ich meine, das war wahrscheinlich schon immer so und ich glaube, deswegen habe ich gesagt, ist diese Zeit jetzt eigentlich auch so ein Booster gewesen als, nicht im Sinne der Gesundheit, das haben wir jetzt dazu genüge gesehen, weil wenn Sport und Sitzen im Freien auf der Parkbank im Wald verboten ist, dann ist das mit Sicherheit kein Gesundheitsbooster gewesen, ja, und soziale Isolation und so, sondern es ist ein Booster, potenziell, hätte es sein können, fürs Bewusstsein, nämlich zu realisieren, was hier, auf dem, manche sagen, das ist der Gefängnisplanet hier, also was hier seit Jahr und Tag immer schon läuft, das hätte man jetzt zumindest ganz deutlich realisieren können. Und dass hier, ja, einfach grundsätzlich was aus dem Ruder gelaufen ist, irgendwann mal irgendwo, weiß der Teufel wo, ja, oder wann, da haben ja alle möglichen Leute die wildesten Theorien zu. Aber wenn du dir anguckst, wie viele Millionen Patente und alles, was das da alles so unter Verschluss gehalten wird und so, ne, auf dieser Erde, ich sag nur mal, Schauberger, Reich, Tesla, Lakowski und andere übliche Verdächtige, Rive und so, ja, was da alles so entwickelt wurde, also, was da dann unterdrückt worden ist oder beschlagnahmt worden ist und so weiter, ne, also fast alles, was irgendwie so der Lebensenergie gedient hat, war ja irgendwie, wenn wir jetzt wieder bei der Natur bleiben, ne, also das Natürliche wurde immer irgendwie platt gemacht oder Hanf als Baustoff, Hanf als Energielieferant, Hanf als Heilungsmittel, ne, wie lange das bekämpft worden ist, ne, so, diese ganzen Dinge, ne, und was wir jetzt heute, sag ich mal, erleben, neben der Spaltung ist ja, dass die Schulden exorbitant durch die Decke gegangen sind, die, die, die staatlichen Transferleistungen auch, wir haben aber nur noch in Deutschland jetzt, 16 Prozent, glaube ich, sind noch Leistungsträger, also das heißt, die zahlen ein und die anderen holen alle nur raus, weil sie bedienstet sind, ne, von den 16 Prozent ist, glaube ich, die Hälfte über 44, das heißt, die sind nicht mehr so ganz lange dabei, wie viel dann noch nachkommen, weiß man nicht. Das ist nicht so ganz nachhaltig. Ne, genau, und das heißt, also in solchen Zeiten, wir befinden uns eigentlich in einer Phase, könnte man sagen, wir haben den Zenit überschritten, kulturell oder kollektiv, das heißt, wir befinden uns eigentlich in einer Phase, wo es jetzt eher der absteigende Zyklus ist, also wenn sich die Weltgeschichte auch so, und die von Königreich, oder von Nationen, Königreichen und so weiter, Imperien, wenn sich das alles so in Zyklen und Wellen entwickelt hat, was man auch ableiten kann, das haben ja verschiedene Leute gemacht, dann sind wir auf jeden Fall jetzt eher, also über die Kuppe drüber, während andere Gegenden, wie zum Beispiel China, eher auf dem Aufstieg sind, so, ne, und in diesen Phasen, wo es um kollektiv um so Abstiegsphänomene geht, wenn man jetzt auf den Westen das bezieht, daneben also so Faktoren wie Culture Clash, ne, also das Aufeinanderprallen der Kulturen, gewaltsame Art, das nimmt zu, ne, hat man jetzt auch gerade wieder vor ein paar Tagen, war, im Ruhrgebiet waren wieder zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen, 300 und 200 Leute, die aufeinander losgegangen sind, tagelang oder Straßengempfe sich geliefert haben, also, ja, das sind Phänomene, das kennt man ja aus Frankreich und aus Schweden und so weiter, da beschießen sich dann ja gleich mit Raketenwerfern und sonst was, ja, also, das nimmt einfach zu, ja, da gab es ja auch ein Buch zu, über das Thema Culture Clash, dann sind die Gefängnisse, die Gefängnisse sind auch einfach brutal zu erfüllt, es gab, es gibt ja mehrere Bücher von Staatsanwälten und Richtern, die sagen auch, warum einfach in Berlin alleine zigtausende Strafanträge nicht vollstreckt werden, weil man einfach nicht mehr hinterherkommt, das sendet eine Botschaft aus an Leute, die sowas, sag ich mal, nicht hobbymäßig machen, sondern professionell, kriminell sind, ne, das schafft natürlich eine große, wie soll ich sagen, Unsicherheit in der Bevölkerung und, wenn man dann aber auf der anderen Seite wieder sieht, das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, wie obsessiv dann aber wieder die Obrigkeit dann auf einmal auf Leute losgeht, die eine andere Meinung haben, mit was für einem auch Gewaltpotenzial da vorgegangen worden ist, auch jetzt noch verfolgt wird, im Nachgang, dann merkt man, da ist irgendwie, da klafft irgendwie eine große Diskrepanz, ne, und das, ja, dann sieht man also in Deutschland jetzt überall die Schilder mit Fußgängerzone, Messer und Pistolenverbote von, mit Urzeiten, ne, das sind also alles so Zeichen, ne, oder alleine diese ganze Deindustrialisierungsthematik mit dieser Blackout-Gefahr und so, plus dann eben diese Überwachung, wir haben ja eigentlich die letzten Jahre, was haben wir denn erlebt? Wir haben hauptsächlich erlebt, wie ein System, was eigentlich als Demokratie beschrieben war, auf einmal total autoritär geworden ist, und voll auf Überwachung gesetzt hat, voll auf Kontrolle und ein Großteil der Leute fand das auch irgendwie, hatte man den Eindruck, irgendwie gut, so, die, also die haben das irgendwie, gerne hat man den Eindruck auch mitgemacht. Das hast du, jetzt hast du vorhin gesagt, Therapie hilft nicht mehr, oder das, was wir als Therapie kennen. Was, also, und, und das Thema für heute ist ja in dem Sinne, welche Therapie braucht es heute? Was hast du, was hast du denn für Ideen oder vielleicht Erkenntnisse oder Lösungsansätze, sag ich mal, die, also was du vorgeschlagen hast, die Anbindung an, an die Natur oder die Lebendigkeit wieder ermöglichen können? Oder wie, vielleicht auch, wie arbeitest du dann zum Beispiel? Können wir uns ganz konkret? Ich komme mal einen Satz dazu, das Thema ab. Ja, bitte, ja. ist, wenn die Menschen, oder wenn man sich anschaut, was in Jahrhunderten davor passiert ist. Nur mal Beispiel, Amerika, 1773, Revolution, das war so vor der amerikanischen Revolution, und dann kam der Bürgerkrieg, 1859, also kurz davor, so sag ich mal, die Zeit, oder dann 29 vor der Weltwirtschaftskrise da drauf. Jedes Mal hatte die Bevölkerung keine Ahnung, was kommen wird. Mich haben auch diese Videos von 23, als es in dieser Weimar-Crash da war, in Deutschland, total fasziniert immer. Ich denke mal, wie kann das sein? Die sind da in den Cafés und Halligalli und am nächsten Tag auf einmal alles platt. Und die Leute sind wie völlig ahnungslos, total blind. Also auch diese zyklischen Entwicklungen, die kann sich keiner vorstellen, habe ich den Eindruck. Das liegt vielleicht daran, dass die Sachen zu lange auseinander liegen. Aber es liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Menschen einen gesunden Instinkt und eine gesunde Verbindung zu ihrer inneren Mitte, auch zu ihrer Herzintelligenz, nicht nur auch und zu Ratio da oben auch mit dem Polaren, das Halten der Gegensätze, dass sie das alles wie nicht gelernt haben oder verloren haben auf dem Weg. Weil diese ganze Verblödung, die wir haben durch die mediale Fokussierung, durch diese ganze Hypnotisierung, die da läuft, auch durch Schulsystem, durch Bildungssystem, das trainiert einen halt gut im Hamsterrad zu rennen. Und das sieht halt aus wie eine Karriereleiter von innen. So und was du ja gesagt hast am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, ja du bist ganz gerne jetzt mal da raus hier und hast mal in Mexiko ein anderes Feeling und hast eine andere Herzenergie. Das ist ja interessant, dass Leute, die haben wie viel weniger als wir und haben auf ganz vielen Gebieten auch viel größere Unsicherheiten, was weiß ich, mit Strom und sonst was, ja, oder auch Gewalt und so und Entführung ist ja ja auch Thema, viel mehr als jetzt hier, so sage ich mal, aber die haben irgendwie eine andere Lebensfreude, Lebenszufriedenheit. Das könnte auch mit der Sonne zu tun haben, aber es hat in Sicherheit auch was mit der Grundidee oder Grundmentalität vom Leben zu tun. Also das ist einfach hier eine natürliche Verbundenheit, oder? Genau. Jedem, dem man begegnet, also es ist wie ein Freund, den man nicht kennt. Sag ich mal, das ist diese Grundhaltung hier, oder? Also eigentlich, jeder freut sich erstmal über ihn. Natürlich gibt es Ausnahmen und so, aber es ist viel weniger eine individuelle Erfahrung. Ich bin getrennt von allem anderen, ja. Ja. Und ich glaube, was es dann noch braucht, ganz wesentlich, ist genau, was du jetzt gerade sagst, wir brauchen den Rückweg zur Natur, zu uns selbst, auch zu unserer natürlichen, kreatürlichen Natur und diese Rückverbindung. Wir brauchen aber auch eine Schulung in dieser Ego-Struktur und in der notwendigen Achtsamkeit, das mitzukriegen, wann ich da in diese bestimmten Prozesse reinrutsche. Und das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, was bei mir halt eine Rolle gespielt hat. A, wie gesagt, auch in diesen Hypnose-Trainings immer und B, eben halt jetzt gerade in dieser Arbeit in dem Hypnagogen Atmen, wo es nicht nur um Atemprozesse geht. Ich will nicht sagen, dass das jetzt die Lösung für alles ist, aber es gibt zumindestens den Leuten wieder eine Möglichkeit, in die Verbindung zu kommen, auch zu ihrer Intuition, zum Herzgefühl, zur Sicherheit und wir arbeiten eben auch ein Stück weit an diesen Strukturen, sag ich mal, Ego-Strukturen, die ein Stück weit zu erkennen und zu, ich sag es mal, dekonditionieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil nur die transpersonale Erfahrung oder die psychedelische Erfahrung alleine macht gar nichts am Ende, im schlechtesten Fall. Kann auch was machen, aber nur die Erfahrung alleine ist, hat man jetzt ja gesehen, ist nicht die Lösung. Man könnte auch sagen, das Ego haben wir, solange wir hier unterwegs sind und dementsprechend ist es vielleicht... Ja, okay, das müsste man jetzt definieren, ja. Dem stimme ich zu. Was ist denn deine Definition? Ja, also ich würde das jetzt aus einer transpersonalen Perspektive beschreiben, ein Stück weit, also dass wir diese, ich sag es mal, Ich-Strukturen haben, die im Alltagsbewusstsein, sag ich mal, einen Pfund Mehl kaufen müssen und agieren müssen und die brauchen wir auch. Und dann haben wir eben gewisse maligne Strukturen, die würde ich jetzt als Ego-Struktur bezeichnen, die aufgrund von Biografie, kollektivem Feld, transgenerativen Erfahrungen und so weiter auf eine gewisse Weise, sag ich mal, defizitär sind und aus denen wir heraus Überlebensmuster und Überlebensstrategien gebildet haben. Und die gilt es ein Stück weit auch heilen zu dürfen. Ich will nicht sagen, dass man hinterher dann egolos oder egofrei ist. Ich glaube, das sind Lebensaufgaben und dafür braucht es das dann wieder auch. Also warum sind wir hier? Wir sind wahrscheinlich hier, um einen tiefen Heilungsprozess zu machen. Und da ist einfach das Lernfeld, würde ich sagen, in diesen in diesen verwundeten Bereichen. Und das war ja auch die Idee des verwundeten Heilers, der ja, um das jetzt zu schließen, wenn wir zurückkommen zu Asklepion, das ist ja auch der verwundete Heiler. Wie ganz viele Archetypen und Heroden immer die Verwundeten waren, die sich irgendwie geheilt haben oder die eine ganz schwierige Geburt hatten oder eine schwierige Kindheit hatten. Häufig wurden die dann ja auch auf dem Land großgezogen oder dann häufig von Hirten gefunden oder so, oder von Tieren großgezogen. Da haben wir auch wieder diese Naturrückverbindung. Ja. Also das eigentlich derjenige, der ein Heiler ist, der gibt das weiter, was er selbst sich erarbeitet und erschlossen hat, sozusagen. Ganz, ja. Ich glaube, ich bin da tief überzeugt von, dass das eine, dass man wirklich in der Tiefe nur helfen kann in den Punkten, wo man selber durchgegangen, durchgekommen ist. Ich glaube jetzt nicht, du musst, du musst nicht jedes Phänomen im Außen durchlitten haben, du musst jetzt nicht irgendwie alle Drogen probiert haben, um mit irgendeinem zu arbeiten, ne, der jetzt irgendwie, was weiß ich, XYZ nimmt und da nicht, oder so, ne, und da nicht los von kommt. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine in einer tieferen Wesensessenz, dass man gewisse Grundfragestellungen des Lebens angeschaut und auch, ja, damit umgegangen ist, damit, die bereist hat, ne, und, und, sich dem, wie existenziell gestellt hat. Und dann ist es eben noch gut, parallel auch noch ein gewisses Wissen zu haben über genau diese kollektiven Dynamiken, ja, vielleicht auch über Massenpsychologie und Propaganda und solche Geschichten und auch ein Stück weit diese eigenen Idealisierung sich anzuschauen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, um eigentlich nachzuvollziehen, was ist Rationalisierung und was nicht. Ja. Oder wann, wann Rationalisierung, also ist das, was du vorschlägt, zum Beispiel durch Wissen oder kann man vielleicht die eigene Rationalisierung? Oder wo ich dann eben in diese kollektiven Trance-Phänomene reingezogen werde. Das hat es ja in allen Kulturen auch gegeben. Diese Dynamiken. Ja, riechen sie Öl, war eine amerikanische Schule in den 50er Jahren, riechst du nicht auch Benzin oder irgendwie? Ja, ja, ich auch. Und dann auf einmal rochen alle Benzin und dann haben sie nachher die halbe Schule ins Krankenhaus eingeliefert und manche konnten erst in einer Woche entlassen werden, weil sie solche Symptome entwickelt haben. Da war aber gar nichts. Also, das meine ich. und das bringt Menschen auch um, solche Fantastereien. Also, das nennt man Nocebo-Effekt. Das Gegenteil von Placebo. Da ist ein Tiefkühl-Bofos-Typ, Bofos weiß ich nicht, aber so ein Tiefkühl-Fahrer ist in seinem Wagen erfroren hinten, obwohl die Kühlung aus war. Man hat sich da eingesperrt aus Versehen drin in so einem Ding. Gab's so. Und das sind also, ja, also deine Belief-System, dein Belief-System, dein Glaubenssitz, das kann dich auch umbringen. Und das meine ich eben, also, das ist im Kollektiv genauso. Die Menschen sind ja so schnell, so leicht, in eine Raserei zu versetzen. Ja, also der Mensch hat natürlich auch ein Bedürfnis nach ekstatischen Trance-Prozessen und nach chaotischen Prozessen, da die Kultur das nicht mehr bietet, außer vielleicht noch beim Fußball, beim Rockkonzert oder im Krieg jetzt. Dann, ja, da fangen die Leute dann an, sich so Sachen dann auch selber, also da bereitwillig darauf einzusteigen, wenn das auf einmal von außen angeboten wird. Das ist dann nicht mehr sinnvoll, ne? Sag ich, auf einer Sinn-Ebene, also, auf einer rationalen Ebene ist das nicht sinnvoll, aber es ist auf einer tiefen Ebene und deswegen brauchen wir auch ein Verständnis für diese verschiedenen drei, also, Meglin nannte das ja die drei Gehirne, ne? Reptil, limbisches und dann eben Großhirn und wie das auch in uns funktioniert und wie wir damit auch Tag ein, Tag aus navigieren und umgehen, plus eben diese Verständnisse vom polyvagalen System, das ist bei mir auch in den Ansätzen, die ich hier vermittle, an die Leute, sehr, sehr wichtig, weil sonst haben wir überhaupt gar keine Möglichkeit, ich sag mal, wie zu navigieren, weil uns die Karten fehlen, ja? das müsste definitiv da on top zusammenkommen, sag ich mal, ne? Dass man das quasi versteht, sag ich mal, wie man da selber auch unterwegs ist. So wie du es vorschlägst, ist dann eigentlich Therapie für uns alle, oder? Ja, das sowieso, das habe ich immer gesagt, also, ja, da gibt es keinen Sinn, der ausgenommen ist. Nein, das ist ganz klar, also in einer Krankengesellschaft ist es auch ganz schwer, gesund zu werden, ne? Für den Einzelnen grundsätzlich, ne? Aber, ähm, zu meinen, dass in einer Krankengesellschaft nicht alle Therapie bräuchten, das ist eine, glaube ich, im Hybris, die könnte man fast schon mit Phaeton und Icarus gleichsetzen, wenn man jetzt bei den Griechen bleiben wollte, ne? Du hast ja auch schon die Flügel dahinten, das passt schon. Nach dem Gespräch geht's. Ja, genau. Licht und Himmel, ja. Fliege ich nicht so hoch, mein Sohn. Ja. Die Sohne könnte den Wachs schmelzen. Ja, äh, spannend, ja, Jörg, vielleicht hast du Lust so ein bisschen aus deinem Alltag oder ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, zu berichten, die Arbeit ist konkret mit Menschen, also auch um, also du hast ein paar Stichworte erwähnt, wenn ich es richtig behalten habe, hypnagoges Atmen, hypnagoges Atmen, so rum, um eben genau dieser Ego-Struktur, wie du es jetzt genannt hast, sich dessen bewusst zu werden, wie das funktioniert oder was das für Auswirkungen hat. Das hypnagoge Atmen ist vor allen Dingen eine Möglichkeit, Dinge zu erforschen auf nicht-psychedelischem Weg, in einem sehr sicheren Kontext, was nicht so schnell so überbordend ist, wie zum Beispiel das Holotrupe Atmen, was viele Leute ja ziemlich stark rauskicken kann, durch diese Sympathikotoren-Zustände, die da erzeugt werden, gehen Leute... Ja, das sage ich ja gar nicht, durch diese Sympathikotoren-Zustände fallen die dann in dorsalen Vagus oder Shutdown und setz-it oftmals für viele. Also die kommen dann, haben nicht die Kapazität vom Nervensystem, dieses Chaos, was da dann herrscht, zu halten. Für einige ist das eine supergeile Geschichte. Sie verlieren sich dann in der Dynamik sozusagen, die sich dann richtig bewusst wird. Genau, für einige ist das eine supergeile Klamotte und für manche andere ist es einfach viel zu viel. Das kann natürlich in jedem Ansatz passieren, aber es gibt halt eben auch Ansätze, die das eben stärker forcieren und das ist eben definitiv so einer. Das ist einfach ganz klar. Das haben wir auch immer auf den Seminaren immer wieder gesehen bei Menschen. Das ist einfach sehr, sehr heavy, was da geht. Und wenn man jetzt eine gewisse Grundstabilität hat und so und einfach mal, ich sage mal auf Deutsch gesagt, mal richtig die Sau rauslassen will und mal Gas geben will und das auch von der Kapazität erhalten kann, ist das für viele richtig gut. Aber bei der Fragilität aufgrund der zuvor genannten ganzen Dynamiken, die wir jetzt auch kulturell haben, wo die Fragilität einfach extrem zugenommen hat in den letzten Jahren jetzt, bin ich da ein bisschen skeptisch. Außerdem kommt bei diesem Ansatz auch noch die Frage, jetzt ist für mich noch aufgekommen, wie ist das eigentlich mit Mikrotrompen, weil Trompen sind zum Beispiel beim Holotropen atmen, also Thrombosen sind ein Ausschusskriterium und die Leute müssten eigentlich alle, wenn die irgendwo hingehen sowas machen, müssten die eigentlich alle mindestens einen D-Darma-Test machen und vielleicht noch ein Blutbild oder so, um zu gucken, ob da nicht irgendwo was ist, was irgendwie man nicht weiß. Das wissen die Leute ja oftmals selber jetzt gar nicht, die da entsprechend mit teilgenommen haben an der Feldstudie. und ist das dann also wirklich so irgendwie die Navigation zwischen irgendwie das, was unbewusst ist oder was da ein Trauma oder was da ein Heilungsbedarf ist, sich bewusst zu werden, aber nicht darin verloren zu gehen, sozusagen. Ja, so könnte man das sagen, weil es gibt auch Belastbarkeitsgrenze zu bleiben oder? Genau. Und es gibt auch einen, wie soll ich sagen, optional eben wie einen permanenten Kontakt nach außen, also Containment von außen und Du meinst dann, das bist du, der dann jemanden begleitet zum Beispiel oder? Richtig, genau. Oder wenn ich, wir machen ja hier das Jahrestraining auch und dann sind die Leute immer zu zweit, die das dann, wo die sich miteinander dann gleiten. Also wenn man immer noch so einen Außenspiegel hat, der einem hilft, irgendwo eine Orientierung. Genau, genau. Gibt es eben verschiedene auch Körperpunkte, die man berühren kann, die da eben dann halt eine entsprechende Regulation auch wieder anbieten im Nervensystem dann. Ja, und dann ist halt auch ganz entscheidend eben die Musik, die Art der Musik und die Intensität der Musik, die Lautstärke vor allen Dingen auch entscheidend. Beim Holotropenabend ist es sehr, sehr laut. Hier ist es eher dosiert und auch viel, auch mit Live-Instrumenten, die obertonreich sind. Das ist dann nochmal dieses Frequenz, natürliche Frequenzfeld, was dann auch nochmal wirkt, Klangfrequenzfeld. Plus eben die Lichtstimulation, mit der wir da arbeiten. Also da ist auch wieder das Licht mit dabei, was dann also auch nochmal wieder eine Regulation oder eine Öffnung bewirken kann. Und dann eben die Vor- und die Nacharbeit. Davor gibt es also so auch Movements, Bewegungsarbeit plus Meditation, plus auch ja, Wegfindung, Hinfindung, Vorgespräch, Anamnese, also wo man ein Stück weit auch diese Strukturen, über die wir vorher sprachen, wie ein Stück weit Top-Down sich anschaut und hinterher auch wieder, wo man die dann nochmal wieder dazunimmt, nochmal wieder guckt, was hat das damit zu tun? Also eigentlich vorher den Kontext etabliert, sozusagen. Richtig, ja. Richtig. Damit man eine Gisse, Leitplanke hat, um vielleicht nicht da drinnen zu versinken. Und dann nachher, um das zu integrieren. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, die Elemente der Natur spielen dabei auch eine Rolle. Wie gesagt, ich gehe mit den Leuten hier auch in den Fluss und so. Das macht auch ganz viel. Das ist, ja, es ist für mich immer sehr eindrücklich, was da dann auch nochmal alleine durch ein so Naturelement oder wir haben hier auf der Insel einen Labyrinth. Ja, also wenn man sowas dann noch irgendwie vor der Tür hat, ist es natürlich optimal. Andere Leute, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, die gehen mit Leuten auch in die Berge oder so. Es ist ja in der Schweiz hier alles von der Natur her unheimlich ergiebig, sage ich mal. Und du als Therapeut, oder? Du bist ja dann Reisebegleiter, oder? Bist du dann eigentlich mit? Auf oder in der Reise, oder? Ja, klar. Wie machst du das für dich, dass du nicht verloren gehst, sage ich mal so, oder? Weil irgendwo, also ich stelle mir das nur vor, das ist wahrscheinlich auch ein schmaler Grad, irgendwo empathisch dabei zu sein, aber doch nicht zu tief drinnen zu sein, um ihm auch Orientierung weiterzugeben, oder? Ja, das ist der Job eines Fuhrmanns, ne? Das habe ich ja so. Genau. Oder auch eines Fährmanns, ja, also das ist schon, ja, du bist also in der Tat, Coach ist ja der Kutscher, ne? Du bist also in der Tat eine Art Reisebegleiter, aber du lenkst nicht unbedingt die, den Kahn oder die Karre in die Richtung, wo du meinst, sondern du lässt quasi wie lenken, ne? Und das ist eben der Unterschied zu dem klassischen Ziel und lösungsorientierten Coachings, wo das dann eben so klar auch definiert wird alles und dann in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Schritten und dann machst du jetzt, ne? Das, oder, ne? Dass ich jetzt von A nach B komme und ich sage immer, ich bringe Leute auch mit von A nach B zu C hoch zwei und CO2 ist das, was wir beide nicht mehr wissen, ja? Wo man eben, wie du schon gerade sagst, Reisebegleiter wird. Und man ist dann Teil der Reise. Ja. Und da kann eben auch immer viel passieren, ne? Also der, der Reisebegleiter, den kannst, ich hatte letztens so eine Doku gesehen, da über so ein Schweizer Bergunglück, ja? Da hat es den Reisebegleiter erwischt, also, ähm, wie im realen Leben, ne? Also dich kannst, auch in bestimmten Situationen, kann dich das natürlich auch irgendwie, also mich haben, deswegen sollte ich ja in den Garten gehen, ne? Das war ja der Auftrag von meinem Supervisor, ja? Weil mich einfach auch in den letzten Jahren verschiedene Prozesse hier so, also extrem auch, ich meine, ich mache den Job jetzt ja schon wirklich lang, ne? Und, also wirklich so tief berührt haben, auch das Leid und den Schmerz und all das, was man das alles so sieht bei Menschen jetzt, so, was da jetzt so abgeht gerade, das hat sich so verdichtet, finde ich, auch wenn man das gesehen hat, wie die Kollektive auf bestimmte Sachen jetzt zugerannt sind und man konnte wie nichts machen, und das auszuhalten, dass man, okay, ein Großteil der Leute macht jetzt eine bestimmte Entscheidung für sich klar und die wollen das so. Und das auch so zu tragen, ja? Also, das ist schon, ist schon ein Wort, ne? Und dann auch zu sehen, okay, und notfalls würden sie dich auch ans Kreuz schlagen, wenn du sie, also wenn du jetzt sagst, hier, pass mal auf, geh mal aus der Höhle raus, die Schatten an der Wand sind nur Schatten, draußen gibt es 3D und Sonne, ja? Also, um bei Plato zu bleiben, ne? Ja, dann, wenn du dann wieder zurückgehst und sagst ihnen das, dann bist du auch gefährdet mitunter, ne? So. Und das muss man sich natürlich auch gut überlegen, inwieweit man, wie viel man wo, wie, mit wem sagen will und mit den Leuten, wo man, die das nicht hören wollen oder so, da weißt du schon ziemlich schnell, okay, das geht gar nicht. Und ich glaube, ich habe meinen Standpunkt relativ gut klar gemacht und bin dann dadurch auch, habe ich dann viele Leute eben in mein Feld bekommen, die eben auch auf einem schwierigen Weg diesbezüglich waren. Und das hat mich dann einfach auch sehr berührt, selber das zu sehen, wie andere da auch mit gestruggelt haben, auch, ne? In den Familien und so. Und ja, und da ist es ganz wichtig, dass man eben für sich selber auch guckt, wie kommt man da wieder beieinander, ne? Und, und bleibt, dass man eben auch gut bei sich bleibt, auch, ja? In sich bleibt, sagen wir es mal so, gut in sich bleibt, ja. Ja. Also auch eigentlich wieder der schmale Kratz zwischen, ja, irgendwie sich abschotten, aber auch eine gewisse Verletzlichkeit, eine Verwundbarkeit behalten, oder? Ja, exakt, ja. Mit dem in Kontakt sein, was da ist, oder? Auch wenn das vielleicht nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was man sich gern wünscht, oder wie das, wie man das gern hätte. Ja. 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 Interessantes, also ich denke, absolut relevantes, wichtiges Thema heute. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, oder was da vielleicht noch dazu passt, oder vielleicht noch nicht gesagt wurde, von deiner Seite? Ja, ganz egal, was jetzt noch, auch in den nächsten Jahren passiert, ich glaube, es ist total existenziell und essentiell entscheidend, dass wir wirklich mehr in diese innere, in diese innere Aufrichtung, in das innere Vertrauen kommen, weil dann können wir auch, nur dann können wir auch Mitgefühl für die anderen Lebewesen da draußen entsprechend haben. Und es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie lange man hier lebt, wie viele Jahre, sondern die Qualität ist, glaube ich, auch sehr, sehr entscheidend. Und gerade in diesem Punkt, also ist es, glaube ich, ganz entscheidend. Und ganz gleich, wie krisenhaft eben das noch werden wird, die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt mal an Therapeuten, Therapeutinnen nochmal das sage, die Frage ist auch, was für eine Art von Therapie willst du denn in Zukunft da noch machen, wenn das, ja, wenn das so eine Dynamik weiter nimmt, wie sie sich ankündigt, wie sie zum Beispiel hier Delio beschrieben hat, oder hier, wie es im Force Turning beschrieben wurde, das sind so Bücher, die beschäftigen sich genau mit diesen Themen, worüber wir jetzt hier gesprochen haben. Ja, also welche Art von Therapie macht da noch Sinn, dann, ne, in solchen Phasen? Und ich glaube, das ist genau das, worüber wir jetzt gerade reden, also diese ganze rein Verbaltherapie und dieses ganze Zeug, das kannst du alles in die Tonne treten, wenn es so kulturell und kollektiv auch existenziell wird. Wenn dann überhaupt noch irgendwas Sinn macht, ja, dann braucht es eben auch gerade diese Verbindung in diese auch vertikale Achse, auch in das Transpersonale, aber nicht nur, sondern eben auch mit der Verbindung in diese Horizontale, von der Vertikalen in die Horizontale und dann eben auch in Verbindung mit diesem, ja, ich sag's mal, mit einer radikalen Achtsamkeit, mit einem ganz klaren Verständnis für diese unterschiedlichen Polaritäten, die wir auch in uns haben, ne, jeder in uns und da ruft uns das Leben, glaube ich, momentan sehr stark, da die Achse zu bilden zwischen Himmel und Erde und links, rechts, oben, unten, Mann, Frau, whatever. Ja, also wenn ich jetzt höre, habe ich gerade einfach so zurückgeguckt über die letzten Jahre bei mir, was ich gemerkt habe, je mehr ich unter Stress bin oder je mehr Angst ich habe, oder wie verzerrt da meine Wahrnehmung wird, oder, das wird schwarz-weiß, exakt, gut, böse, richtig, falsch, also es wird sehr digital, oder, und das, was mir jetzt persönlich sehr geholfen hat, eigentlich genau diesen Mechanismus in mir, das ist mein Überlebensreflex, also, was passiert, wenn ich getriggert werde, was möchte ich machen, oder, und wie rationalisiere ich mir das, was ich machen möchte, oder, und irgendwo nicht mehr auf das Außen zu, oder weniger auf das, was da draußen passiert, sondern eher diese Dynamik in mir zu beobachten, nachzuvollziehen, das hat jetzt für mich persönlich ganz, ganz, also ganz viel ermöglicht, auch wenn das passiert, auch eine Stück und Weise nachvollziehen zu können, das passiert jetzt gerade, warte mal, guck dir das an, und irgendwo auch ein Stück weit mehr zum Beobachter zu werden, das ist so, das, was mir in den Sinn kommt, wenn ich dir jetzt noch gerade einfach zuhören habe. Und die Arbeit an diesen ganz frühen Prägungen, auch zum Beispiel durch die Geburt oder durch die vorgeburtlichen Phasen, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor dabei, sich das auch nochmal anzuschauen. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, durch diese Praxis, wie ich das hier mache, kommen die Leute da eben sehr, sehr gut auch in diese Bereiche ran, und können da korrektive Erfahrungen machen. Das muss auch gar nicht so dramatisch immer sein und so existenziell dann abgehen, sondern das kann auch sanfter ablaufen. ganz herzlichen Danke, dass du dir Zeit genommen hast, aus deinem reichen Erfahrungsschatz und deinem Blick, uns zu berichten. Und natürlich werde ich die Internetseite und dein Angebot verlinken, dass jeder, der jetzt zuhört, Interesse hat und neugierig ist oder da in Kontakt kommen möchte mit dir, das machen kann. Ja, Jörg, ich wünsche dir erstmal alles Gute. Danke, Simon. Schöne Grüße nach Mexiko. Mexiko. Ja, bald einmal wiedersehen und natürlich auch an alle, die jetzt hier zugeschaut haben und zugehört haben. Danke für die offenen Ohren und die offenen Augen und wünschen euch alles, alles Gute und bis bald. Danke.